Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Heute zeigen wir euch ein sehr umweltbewusstes Handy, ein Touchscreen-Handy. Das kommt auch in einer sehr umweltbewussten Verpackung. Das sieht nämlich so aus. Es nennt sich GD510 Pop und ist von LG. Wir haben uns nicht nur das Telefon zugelegt, sondern haben uns auch noch sowas hier besorgt. Das ist eine Solarzelle, die wird als Akku-Gehäuse-Deckel hinten angehangen und versorgt das Telefon mit Energie über die Sonnenenergie. Sonnenenergie haben wir jetzt leider nicht, aber ich zeige euch trotzdem, wie das aufzubauen ist und wie zum Beispiel sowas funktionieren könnte. Das legen wir erstmal zur Seite. In dieser kleinen Verpackung hier befindet sich das GD510. Wir bauen es auch immer aus und zeigen euch alles. Das ist das. Einfach zur Seite damit. Was haben wir im Lieferumfang alles? Kopfhörer. Und zwar sind das... Ja, ihr braucht jetzt großartig viel zu erwarten. Das sind ganz normale Kopfhörer, die reichen vollkommen aus. Ähm, sind aus Kunststoff gemacht. So sieht das alles hier aus. So. Und in der Mitte habt ihr natürlich, wie ihr es kennt, ein Mikrofon angeschlossen, wofür ihr auch, womit ihr auch Gespräche annehmen könnt, aber auch frei sprechen könnt. Das legen wir so zur Seite. Ansonsten haben wir noch drin ein USB-Kabel. USB-Kabel nutzt ihr zum Beispiel für Datensynchronisation oder Musikübertragung. Das Telefon verfügt über einen Anschluss von Micro-USB. Das seht ihr hier. Das ist nicht nur ein Daten... Ähm, der leitet nicht nur Datenstrom, sondern LG hat was Cleveres gemacht, was eigentlich seit kurzem fast alle Hersteller auch machen. Das ist sehr gut für die Umwelt. Er hat ein Modular und hier ist eigentlich kein Kabel angeschlossen, was ihr direkt mit dem Telefon verbindet, sondern USB-Direkt an Modular und, äh, ja, das natürlich am Telefon. Dann wird das Telefon auch aufgeladen. Das ist soweit zur Seite. Als letztes haben wir eine Gebrauchsanleitung drin, sowie eine, sowie ein Akku mit 900 mAh, wie man das so sieht. Den brauchen wir gleich. Ähm, den legen wir gleich natürlich mit dem Telefon ein. Das ist das GD510 Pop. Ähm, ist aus Kunststoff gemacht, macht aber einen sehr guten Eindruck, weil es hier hinten, weil man hier hinten keine Fingerabdrücke großartig sieht. Ähm, an und vorne, ansonsten hat man vorne auch so einen Satin-ähnlichen Farbstoff. Also wirkt im Ganzen und Großen, trotz des Kunststoff, ganz gut und liegt auch gut in der Hand. Äh, ganz kurz zu den technischen Daten. Wir haben ein 3 Zoll TFT-Display, äh, resistiv. Äh, ansonsten haben wir auf der Rückseite eine 3 Megabisschamera. Das Telefon verfügt intern über 40 MB. Ich habe jetzt eine reingelegt, eine 4 GB. Ihr könnt es erweitern mit insgesamt 8 GB. Das reicht vollkommen aus. Es ist jetzt kein Hightech-Smartphone. LG hat extra so ein Telefon gemacht, was günstig ist, was gut ist, was ausreicht. Deswegen hat es auch kein HSPA oder 3G, beziehungsweise OMTS. Das Einzige, der Einzige, das Einzige Netzstandard hier ist Edge. Das sollte vollkommen ausreichen für die Anwendung. Das Telefon wiegt ansonsten mit dem Akku 90 Gramm, hat Maßen von 95 mal 50 und ist 11 Millimeter groß. Äh, dick, hoch. Ähm, ja, wir legen jetzt eine SIM-Karte ein. Und wir gucken, wie weit wir kommen. Wie immer, die SIM-Karte wird jetzt so reingelegt. Und wir legen Akku ebenfalls rein. Wie gesagt, der Akku hat zwar 900 mAh, aber ist vollkommen ausreichend. So, kurz zum Aufbau noch. Hier oben mache ich einmal kurz an. LG-Logo erscheint auf dem Display. Ähm, Lautsprecher hier oben, Antaste hier oben, Lern-Jahr-Anschluss hier, laut und leise hier. Ähm, Kopfhörer-Anschluss, Datenanschluss, Auflademöglichkeit hier hinter. Ja, okay. Äh, hier hinter, ich zeige jetzt nochmal, wie stabil sowas ist. Denn die meisten wollen, dass sie immer ganz genau wissen, das ist auch gut so. So, hier hinten ist der Anschluss. Und das wirkt recht stabil, wenn man das nicht unbedingt jetzt vergewaltigen muss. So, wir machen das einmal wieder fest. Ansonsten haben wir hier, ähm, ja, die Schnellstart-Taste für unsere Kamera. Das erste Mal müsst ihr das alles ausrichten. Das machen wir am besten gleich mit einem Stift. Äh, das muss jetzt ungefähr gemacht werden. Einmalig, das macht man immer, ähm, bei diesen resistiven Displays. So, ich versuche jetzt so, ähm, gut wie möglich die Mitte zu treffen. Und, äh, dann legen wir auch los. Ihr seht, es ist nicht so einfach, wenn man sich nicht konzentriert. So, hab ich's einmal gemacht. Und, äh, hab natürlich das hier wieder auch zugemacht. Dann fragt er nach, äh, ob er die Kalibrierung speichern soll. Wir sagen ja. So, hat er gespeichert. Nach dem kommt gleich ein Assistent, der alles einrichten möchte. Wie zum Beispiel hier jetzt. Der will uns einiges beibringen, wie zum Beispiel das Telefon zu bedienen ist. Ihr könnt entweder BN drücken oder sagen, wir wollen weitermachen. In unserem Fall wollen wir weitermachen. Wir sagen auf diese Play-Taste hier, was gleichzeitig für weiter steht. Unsere Sprache hat er schon automatisch erkannt. Das ist Deutsch, weiter. Unsere Uhrzeit und das Datum hat er nicht erkannt. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir sagen einfach weiter. E-Mail möchten wir auch nicht einrichten und sagen überspringen. Jetzt bringt er uns grundlegende Funktionen bei, wie das Telefon zu bedienen ist. Sprich, das Menü aufgebaut ist, wie man Touchvorrichtungen macht, Scrollen macht. Solche Sachen. Texteingabe, Widgets, Displaysperre und weiter. Anrufliste anrufen. Lautlos umdrehen. Danke. Danke dir auch. Und wir sagen fertig. So, nachdem das jetzt eingestellt ist, ähm, das Telefon ist schon so konfiguriert, dass er sehr, sehr energiesparsam arbeitet. Deswegen seht ihr auch, keine 5 Sekunden und das Telefon ist schon abgeblendet, hat sich verdunkelt und jetzt hat sich das abgeblendet. Wir machen das einmal an. Ähm, ja, ich habe raufgedrückt, um euch zu zeigen, wie die Tastensperre funktioniert. Einmal raufdrücken. Ich kann jetzt entweder hier raufdrücken, dann geht die Tastensperre weg. Nein, möchte ich nicht. Oder aber ich kann das hier so hochziehen. Ist über euch überlassen, wie ihr es macht. Ob ihr hier festhalten möchtet oder ob ihr es hier hochziehen möchtet. Ansonsten sieht man im Standby-Modus die Uhrzeit, das Datum, eventuelle Ereignisse über Telefonie und so weiter und so fort. So, nachdem wir jetzt endlich soweit sind, haben wir insgesamt auf unsere Sichtweise drei Homescreens. Ich klicke mal ab und zu mal rein, sonst verdunkelt sich das. Ähm, wir haben hier unser Netzstandard, was ist ein Profil, Batterie, Uhrzeit und auf welchen der drei Homescreens wir uns befinden. Jedes Homescreen kann man individuell mit so einem Widget verlegen, belegen und darunter befindet sich der Netzname. Jeweils vier Optionstasten, die sind immer fest integriert, wie zum Beispiel Telefonie oder Kontakte oder Nachrichten oder Menü. Und wie man die hier belegt, also wie man diese Uhrzeit, diese Uhrzeit, diese Uhr hier individuell kombiniert mit anderen Apps oder anderen Widgets, das zeige ich euch jetzt. Indem wir hier einfach draufdrücken, unsere Wunsch-Widgets, keine Ahnung, je nachdem was ihr wollt, hochziehen. Ähm, das Telefon ist ja so ein, hat ja diesen Schwerpunkt Social Networking, sprich Twitter, MySpace und Facebook. Deswegen sehen wir auch das eine App hier. Äh, ich mach das mal extra ein bisschen unrendlich, damit ihr auch seht, gleich was für ein Effekt dahinter steckt. Unser Kalender wollen wir noch haben. So, jetzt kann ich jetzt einfach alles fixieren und das bleibt ja auch alles, ja, fixiert. Ich kann es aber eventuell mit meinem Finger hin und her bedienen und das klappt auch sehr gut, wie ihr seht. So sieht das nämlich aus und auch sehr schnell. Seid jetzt einer von den Ordentlichen, der jetzt sagt, ich möchte das alles schön geordnet haben. Dann ganz normal einmal nochmal das Menü hier aufmachen, das Telefon ein bisschen schütteln und ihr seht, was passiert. Alles hat sich eingerastert, noch einmal. Alles am besten übereinander, damit ihr mir auch glaubt. Ja, habt ihr gesehen? Also durch diesen, äh, Lagesensor hat das Telefon erkannt, dass es geschüttelt wurde und alles hat sich eingerastet. Sofern ihr immer in diesem Menü hier drin seid. Ja, das ist sozusagen, ähm, das erste Widget, das erste Widget, sag ich, das erste Homescreen. Hier oben sieht man das. Und wenn wir nach links leiden, so, dann öffnet sich unser zweiter Widget. Hier können wir dann, ja, Gespräche, frohes Neues Jahr, die auch. Ähm, hier können wir dann Gespräche in Echtzeit sozusagen sehen, quasi, Unterhaltung nochmal visuell geführt. Das sehen wir hier auf diesem Homescreen. Auf dem nächsten Homescreen, in dem wir nach links scrollen, haben wir dann zum Beispiel Favoriten, also Kontakte, die ihr am meisten anrufen möchtet. Kontakt 1, Kontakt 2, Kontakt 3, je nachdem, soweit und so fort. Die könnt ihr mit Bildern in die Welle belegen und so weiter. Also Leute, die ihr am meisten anruft, ohne irgendwie jetzt großartig hier im Telefonbuch reingehen zu müssen und nach dem Namen und sowas zu suchen. Ja, das war's, äh, soweit von diesem Homescreen und die Funktion. Äh, ganz kurz möchte ich euch nochmal die Tasten zeigen. Schön groß sind die Tasten für so ein kleines Telefon mit 3 Zoll. Und, äh, ja, man kann gut drauf tippen, finde ich. Ansonsten hat man, ähm, nicht nur solche Funktionen, sondern wenn man jetzt eine Nummer eingegeben hat und man möchte die speichern. Drückt man einfach hier oben ins Menü, Nachrichten, Nummer speichern, Kontakte und alle Einstellungen, die man so findet. In unserem Fall sagen wir zurück. Ja, Kontakte habe ich euch auch gezeigt. So sieht es nämlich aus, einfach neu eintippen. Nachrichten wollen wir hier einmal eingeben und zwar gehe ich hier auf Neue Nachricht. Neue Nachricht. Dann finde ich hier ein Textfeld, wenn ich nach oben scrolle, an wen es geht. Hier sieht man diesen Scroll, diesen kleinen Miniscroll. Und, äh, so sieht das aus, als wäre das eine kleine Notiz. Ähm, ja, ich scrolle einfach mal hoch. Ich kann jetzt Texte eingeben, wie ich möchte. Mit T9, wie es hier gerade leuchtet. Oder ohne T9 und mach schon Fehler. Diejenigen, die jetzt, ähm, ja, berühmt sind, wollte ich sagen. Diejenigen, die jetzt sehr gut sind mit so einer Tastatur, die sollen dabei bleiben. Und Leute, die schon sagen, ich habe jetzt ein Smartphone, ein Touchscreen, dann machen die einfach nur sowas hier. Und haben eine richtige Querstastatur. Die ist zwar sehr klein, aber ist sehr, sehr präzise. Man braucht nur ein bisschen Training, finde ich. Und ich kann schon mal meinen Namen eintippen. Das ist ganz gut. Ähm, längere Sätze. Muss man gucken, wie man damit jetzt, wie schnell damit ist. So, Tastatur habe ich euch gezeigt. Widgets habe ich euch gezeigt. Und Menü habe ich auch gezeigt. Menü werde ich jetzt zeigen, indem ich die blaue Taste hier unten drücke. Ja, mein Menü. Seht ihr, wie das aussieht, wie ihr zum Beispiel das Video, wenn ihr es gesehen habt, vom LG BL40 gesehen habt. Äh, haben wir hier jetzt mal nicht kein S-Klasse User Interface, aber das Menü ist demnach gebildet. Und zwar haben wir vier Kategorien. Kommunikation, indem wir einfach hier hin sliden. So. Und das ist sehr übersichtlich gemacht. Dann gibt es die Ebene Unterhaltung, wo Kamera ist, Musik ist, eigene Dateien, UKW-Radio, Video und Spielunterhaltung. Dann gibt es Zubehör. Zubehör in diesem Miniprogramm halt. Zum Beispiel Browser, Kugelsuche, Wecker, Organizer und, äh, Skizzen. Und letztes finden wir Einstellung. Sehr unterteilt. Das sind die vier Kategorien, die auf vier Ebenen geteilt sind. Und wenn ich nicht gerne so sliden mag, dann kann ich auch den hier machen. Dann kriege ich alles auf einem Bildschirm und ich kann brauche auch nicht zu sliden oder so. So ist das gut gemacht. Ja, wir wollen als nächstes starten, nachdem wir euch alles gezeigt haben mit SMS und alles. Direkt mit der Kommunikation lasse ich in der Fall aus. Direkt mit der Unterhaltung. Und zwar unser erster Themenbereich hier ist die Kamera. Die drei Megapixel-Kamera. Und man muss sich das ungefähr immer so anschauen. Hier habe ich dann vorher mein, ähm, mein Objektiv, mein Visier und ich habe hier die Möglichkeit runterzuscrollen auf die Videokamera, in meiner Galerie zu reinzugehen. Und wenn ich draufdrücke, habe ich hier entsprechende Einstellungen, wie zum Beispiel Auflösung, Bildwert und sowas und sowas. Ich fotografiere mal einfach hier sowas und wir gucken uns mal an, wie die Qualität ungefähr ist. Auslösung tue ich hier mit oben oder ich kann auch hier oben draufdrücken. Das ist vollkommen egal. Ja, Bill wurde geschossen, Autofokus hat es nicht. So sieht es aus. Überzeugt euch selber von der Qualität, wenn das interessant für euch ist. Unter www.bestboys.de findet ihr exakt dasselbe Bild zum Sehen. Ansonsten mache ich noch einige Bilder von der Natur und ihr könnt euch nochmal vergleichen, wie zum Beispiel die Farben sind, wie die Distanz ist und sowas und so weiter. Ich gehe mal zurück und, äh, ja. Ich brauche jetzt nicht unbedingt, jetzt Videokamera zu zeigen, wie das aussieht. Ich gehe einfach weiter. Nach der Kamera kommt die Galerie, klicke ich mal einfach rein. Und ja, hätte ich jetzt mehrere Fotos gemacht, dann kann ich einfach mit diesen Slider hin und her wackeln und gucken, die sind dann, äh, geordnet nach Datum, nach Aufnahmedatum und so weiter. So sieht die, ähm, Galerie aus. Als nächstes möchte ich euch einen wichtigen, ähm, wichtigen, äh, Themenbereich auch vorstellen. Das ist die Musik, die ist ja für diese Kategorie, äh, der, der Anwender wichtig. Die Jugendlichen zum Beispiel. Oder aber auch andere Leute, die sagen, klein ist das, und das ist cool, das ist, äh, günstig. Und wie steht es eigentlich mit der Musik? Ich klicke mal einfach rauf. Lädt ganz kurz. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Speierkarte reingetan, wir haben jetzt einige Tracks reingemacht. Auch hier habe ich den Filtermöglichkeiten interpretieren, Alben, Genre, Playlist, alles. So, ich habe jetzt einiges, wie gesagt, drauf gemacht, und, ähm, ja, ich seppe mich einfach durch, zeige euch einfach, wie die Oberfläche ist, mache es schon ganz schön laut, und ihr könnt euch auch davon überzeugen und mithören. So, wir starten mal mit Blame It, hier. Ich mache das mal ganz kurz ein bisschen leise, bevor ich gleich richtig loslege, mit der Lautstärke meine ich. Äh, ja, kurz im Aufbau, wir haben hier unseren Track, hier oben scrollt das nochmal schön, ähm, und zwar haben wir Album-Cover-Art nochmal hier, wo wir uns gerade befinden, vom ersten bis zum zehnten Song, den Statusanzeiger, Bewertungsschema und natürlich die ganz normalen Steuerungselemente. Ansonsten, Menü aufgerufen, kann ich hier, ja, Equalizer senden, verwenden, als Klingel-Tour-Datei-Information, solche Sachen. Wir wollen jetzt aber Play drücken und laut machen und gucken, wie das ist. Wir wollen jetzt, So wie ihr seht, ich kann gut Musik anmachen Und ja, das hat gut geklappt mit der Musik, war auch schon ganz schön laut Das war schon sehr laut mit dem Lautsprecher hier Hat sich ein bisschen klapperig angehört, aber mit den Kopfhörern ist das definitiv besser immer Ja, das war soweit die Musikfunktion Gleich nochmal etwas zu der Musik, sage ich auch nochmal später Wie man Multitastmusik hört Das war es erstmal soweit Großartig von dem Menüpunkt Musik Wir gehen nochmal zurück Und ja, ich habe wie gesagt das erwähnt, das ist ein Social Media Telefon Nicht ausgelegt auf Internet Natürlich habt ihr einen Browser drin Aber weil ihr keine Netzstandarte habt, wie HSPA oder 3G Ist das Internet schon ein bisschen langsam hier Und wir wollen aber ganz kurz nur mal gucken, wie das aussieht Indem ich hier auf Browser drücke Ich kann hier direkt eine Startseite eingeben Zur Adresse eingeben Ich habe jetzt schon was eingetippt vorhin und sag einfach mal auf hier Spiegel Und ihr werdet sehen, dass es schon lange dauern wird, bis es sich verbinden tut Wir können auch schon sowas hier machen Also es richtet sich auch aus Es ist zwar ein Low-End-Handy mit Touchscreen Aber es hat die Grundfunktionalitäten wie gute Musikwiedergabe und Ausrichten Und das klappt eigentlich auch sehr schnell, meine ich, wenn das jetzt nicht stehen geblieben ist Ja, ihr seht, es lebt unheimlich lange Es ist aber jetzt nicht gewollt so Das ist also nicht eine Kritik Sondern LG hat einfach so geplant und hat gesagt Günstiges Smartphone muss her und das braucht die Jugend oder das brauchen die Leute Ja, ich bin jetzt im Internet hier Kann ganz normal eigentlich auf irgendwelche Themenbereichen klicken Diesen Ton, den ihr die ganze Zeit immer mithört Den kann man auch ausschalten, das ist gar kein Problem, wenn euch das jetzt schon nervt Ja, ich habe jetzt irgendwas geklickt Und auch hier, wie gesagt, Ladezeiten, Ladezeiten, Ladezeiten Das war es eigentlich soweit vom Internet, wollte ich jetzt sagen Natürlich haben wir hier solche Zoom-Möglichkeiten Und ihr könnt das Internet auch nutzen Hat kein WLAN Normales Edge reicht eigentlich aus, wenn ihr mal E-Mail lesen wollt E-Mails empfangen wollt Dafür ist es super schnell, dafür ist es auch optimal geeignet Aber zum Surfen, YouTube und solche Sachen ist es nicht geeignet Wir möchten auch an dieser Stelle den Browser beenden Indem ich hier oben drauf drücke auf diesem Dropdown-Menü Nach unten Slide Und sag beenden Browser beenden und ja Ja, Social Media sage ich die ganze Zeit, was ist das überhaupt? Social Media ist natürlich, wie die meisten das kennen Ihr seid gerade im Social Media YouTube ist Social Media Alles was, wo, ja, StudioVZ und solche Sachen Wo ihr kommunizieren könnt mit euren Freunden Wie Facebook, Twitter und so weiter Dafür habe ich eine App hier vorinstalliert Und zwar das hier Und ich klicke rauf Dann lädt sich das auch schon ein bisschen Indem es startet Vielleicht habe ich noch nicht rauf gedrückt Genau Java Startet Java Powered Und drei Applikationen sind schon vorhanden Facebook, MySpace, Twitter Wenn ihr auf Twitter klickt zum Beispiel Kann ich mir einloggen Meine Tweets ausfolgen Verfolgen Und Tweets senden Bilder hochladen Solche Sachen halt Das ist Wegen der Uhrzeit hat das jetzt nicht geklappt Das sind nur die Grundfunktionalitäten Dafür ist das Telefon gemacht So, wenn das jetzt mit der Uhrzeit Wieder nochmal nicht hinhaut Hauptsache, ihr habt hoffentlich gesehen Dass diese Möglichkeiten vorhanden sind Wie zum Beispiel Facebook Ich versuche es mal jetzt anzumachen Aber er meckert jetzt wegen der Uhrzeit So, lädt noch, lädt noch, lädt noch Genau, Uhrzeit kann nicht gestartet werden Wegen der Uhrzeit Aber ich habe gesehen Darauf kommt es an Es ist ein kleines Handy Mit diesen Möglichkeiten Zwei Sachen noch Würde ich euch vorstellen Dann bin ich auch schon am Ende Und zwar Musik sagte ich Ihr könnt Multitatsmusik hören Indem ihr zum Beispiel Die Musik minimiert habt Vorhin Oder indem ihr zum Beispiel So die Statusleiste hier runterzieht Ich versuche das nochmal Zeige ich doch nochmal Wie man das nochmal gemacht Also indem ihr an der Kante hier seid Einfach nur hier so runterschieben Manchmal klappt es Manchmal klappt es nicht Genau Ja, ihr müsst ganz präzise sein Auf jeden Fall So, Statusbericht Uhrzeit GSM-Modus Vodafone ist der Anbieter Dann haben wir noch einen Akku Der Rest wird beschrieben In Worten Anstatt in Prozenten Was für eine Kapazität Wir auf der Speicherkarte haben Und was für eine Kapazität Wir auf dem Telefon haben Was für ein Profil drin ist Ob Bluetooth an ist oder nicht Oder ob Bluetooth aus ist oder nicht Und Musik zum Beispiel Ja, das sind die Möglichkeiten Vom LG GD510 Pop Als letztes möchte ich nochmal zeigen Welche Gestaltungsmöglichkeiten Nochmal hat Indem ich hier auf ein Menü klicke Und da anzeige Und ich habe hier Zehn Einstellungen Die ihr individuell Euren Telefon verpassen könnt Hintergrundbild Telefonschema Ich nehme mal sowas hier Man kann auch die Schrift Individuell ändern Und ihr werdet gleich sehen Das ganze Telefon ändert sich Vom Design So Jetzt haben wir sowas hier zum Beispiel Auch nach wie vor Mit dieser Funktion Sieht ein bisschen witzig aus Comic Style halt Ist euch überlassen Ob ihr Schriftarten ändert Oder nicht Oder Keine Ahnung Einschaltbilder einsetzt Oder Helligkeiten Solche Sachen Ja, das war es Wie gesagt Soweit großartig Vom LG GD510 Und der ganzen Ausführung Als letztes nochmal Wie gesagt Versprochen Habe ich euch diesen Solarteil nochmal anzuhängen Und ja Ich nehme das mal raus Und wir gucken uns mal an Wie man den aufsetzt Und wo kommt es eigentlich an Ja, das ist das Was hinten rankommt Einmal ausbauen Genau So Das brauchen wir nicht Das ist Kunststoff Eigentlich brauchen wir nur Diese Platte hier Die Folie müsstet ihr entfernen Wenn ihr euch das nochmal Optional zukauft Es wird nicht mitgeliefert Und Merkt euch ganz kurz Seht euch ganz kurz die Dicke an Und ja Ich nehme das nochmal ganz kurz weg Baue das nochmal auf Hier sind die Konnektoren Die verbunden werden mit denen hier Und dann wird das Wird der Akku aufgeladen Also es ist nicht nur ökologisch gemacht Es ist auch noch Ganz cool für jeden Der jetzt im Sommer sich auf jeden Fall Ein Handy gekauft hat Oder jetzt gekauft hat Ähm Legt das ruhig so hin Anhand der Sonnenenergie Wird das Telefon aufgeladen Es ist definitiv nicht ausreichend Ihr kommt definitiv nicht drum rum Wenn ihr mit dem Netzladekabel das nicht auflädt Aber es ist eine gute Alternative Um immer Ähm Ja Den Saft nicht zu verlieren Also Hier nochmal die Dicke ganz kurz Äh Ist eine gute Möglichkeit Wie gesagt Auch sauber Umweltbewusst Energie aufzuladen Das Telefon immer Betriebsbereit zu halten Ihr könnt das Telefon ja auch ausschalten Und so weiter Und ja mit dem App hier Signalisiert das quasi Dass das Jetzt mit Solarzellen betrieben wird Ja Ich bin soweit fertig mit der Vorstellung Ich hoffe das hat euch gefallen Im großen und ganzen Seid mir nicht böse Wenn ich das zu schnell gemacht habe Oder Nicht eure passende Musik abgespielt habe Oder ein paar Funktionen ausgelassen habe Es geht im Grunde In dem Telefon nur wirklich Um diesen Social Media Das ist umweltbewusst gemacht Es ist ein Handy Ähm Bietet ganz normale Grundfunktionen an Das ist von LG so Bewusst gemacht Es fühlt sich gut an Liegt sehr gut in der Hand Und ich muss sagen Es ist das beste Handy Was ich zur Zeit bis jetzt gesehen habe Das ist jetzt eine Empfehlung von uns Für jeden der zum Beispiel Jetzt mit dem Gedanken spielt Oder nicht Sich das zu kaufen Es ist das beste Handy Was ich jemals bis jetzt gesehen habe Was unter 110 Euro liegt Und solche Coolen Funktionen bietet Das kostet hier Keine unter 30 Euro Aber das müsst ihr auch nicht kaufen Das wird ja standardmäßig Ihm mitgeliefert Ihr müsst ja nicht mit nacktem Akku durch die Gegend laufen Ja wie gesagt Es ist eine Empfehlung Für jeden der gute Musik haben möchte Eine gute Kamera 3 Megapixel Touchscreen Einen Markenhersteller wie LG Haben möchte Ähm Den ist vollkommen ausreicht Twittern oder solche Sachen halt WLAN nicht unbedingt haben möchte Nicht wer es auf Internet legt Für den ist das Handy optimal geeignet Und 110 Euro für so ein Touchscreen Handy Sind wirklich geschenkt Finde ich Ihr müsst es nur auf Ähm Peppen mit einer 4 Gigabyte Oder einer 8 Gigabyte Speicherkarte Dann habt ihr nochmal zusätzlichen Speicherkapazität Ja Das war es soweit Ich hoffe es hat euch gefallen Danke für die 25 Minuten Die ihr investiert habt Und wenn ihr Fragen habt Einfach loslegen Wenn euch das Video gefallen hat Einfach uns abonnieren Folgt uns auf Twitter Damit unterstütze ich uns sehr Und ja Vielen Dank Vielen Dank